ja die Welt wurde gespeichert jetzt ja sagen würde auf YouTube ja, ist so muss man aufpassen was man sagt ha du hans Wurst du hans Wurst so Pff, Knochen so, so, so 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 Schlemmel und Schlemmel alles nicht nur all brava schweiz alles nicht nur Blöder Scheiße der Film ist nicht fertig welche Film Film AG der ist nicht fertig oder ist der fertig n 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 weil ich meine ich habe zwar noch was drinnen aber eigentlich jetzt wieder zu Hause schon lange wir haben ich habe vorher erst gehandelt naja das was du nie das war Exo ein und kommen die Klappe gebraucht in den Schuhen die für das Haus Prozent und wie du hast ich war dann manchmal noch Steck Reicht ein Stack? Ein Stack? Nee, ich glaub nicht. Ja, ich... Oh Gott, warte. Obwohl, ich kann sowieso nicht so viel mit... Ah, ich hab voll viel Kohle. Voll wenig Kohle. Voll viel Kohle. Voll wenig Kohle. Okay, warte dann. Teile ich mal nochmal auf. So, 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 so. Äh, so. So. So, so, so. Das ist falsch, ne? Oder? Für vier, sechs, brauche ich. Äh, 32, 48, was ist das falsch? Nicht. Egal, oder was ich bricht. Kurz weg. Und der verliebt uns mit den fortenden Worten. Kurz weg. Ja, kurz weg. Ist echt zu, aber du... Was nützt einem, wenn sie dann ausfällt. Aber du... Aber du... Das ist echt zu... Nee. Fragezeichen. Ja. Was? Was denn? Was denn? Was denn? So, so, so. So, so, so. So, so. So. Kannst du es dann die kurze Naufer vorlesen? Was denn? Das war hier... Nein, warte. Was denn? Was denn? Nächste, äh, nächstes jetzt kurz vor. Also, alles. So, so, so. Also, hallo? Ja. Hallo. Also, die einer hat geschrieben, hallo, der hat der geschrieben, hallo. Der hat einer, der hat eine andere geschieben, hi, hi. Habe ich hier schiebe, hi. Der hat ledt geschrieben, ansage aber mit Würden. Der, der eine andere geschrieben, ha-ha, der hat geschrieben, du monro. Der hat eine andere geschrieben, ha-ha, der hat der gesagt, fickt euch, dann ja, nirgendspiley. Dann hat ein anderer geschrieben, aber du. Dann hat eine andere geschrieben, ist echt so, nirgendspiley. Dann hat der geschrieben, ja, was glaubt, hier mach ich gerade. XD, deswegen das mal. He, he, he. Sehr lustig, ne? So was findet sie wohl ja nicht gut. Ja, was denn daran so lustig? So. Oh, du musst es nie lernen. Du musst es nie lernen. Nop. Ach so, jetzt hab ich ihn verstanden, alter. Rettet mich. Nein. Nop. 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 Pritz. Nop. 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 Sitz. Naarab. Neu. und Gott Macht das wisse Seil ehrlich das war ein guter Konter Oh, rettet mich. Hilfe. Schilder U.S. Widerschelte Monster Farm, zumindest gleich. Schilder Langer Müllmann also ich lese jetzt immer vorab ja was kommt immer nicht gerade ich sie aha alter Lerz Sparspares uns schreibt ein anderer dann schreibt Lerz bei sowas sparsch ich noch nicht ich trinke extra für Milch schreibt ein anderer witzig dann schreibt wer wird geschrieben was äh witzig dann hat ein anderer geschrieben Mann das bringt es doch nicht du Pfosten denkst du dann dass du damit auffüllen kannst ja das bringt ja das muss ich ein Jahr nein oh oh das muss ich nicht unbedingt vorlesen Mario ok nein ich 2 Lerz das gibt jetzt gar nicht Alter überlegt mal wer alle mehr Gruppe drin ist hüchel und kassel jetzt kann mich immer ansonsten er meint anstattest die schichtige er erweilt wird also darf ich das vorlesen ja mach wenn du willst also guck mal dann hat sie halt witzig geschrieben jemand anderes geschrieben Mann das bringt es doch nicht geforscht und denkst du damit auf dass du da bin kannst dann hab ich geschrieben soll ich das denn trinken dafür so dass ich eine Nutze zur Stelle jemand anderes geschrieben du bist keine Kuh oder so und dann hat Julian geschrieben er meint was anderes und jetzt werde ich von einem von mir attackiert das war auch ziemlich genial jetzt wie geil war das denn du bist doch keine Kuh oder so ne Julian du Erdbeere warum Erdbeere versteht immer noch nicht ich hab irgendwas letztens über Erdbeeren mich gelabert ich hab keine Ahnung was ihr labert ich will nie verraten obwohl doch irgendwann wenn ich Bock drauf hab dich zu treuen warum denn eigentlich ich versteh nicht wie kommt ihr auf Erdbeermilch ich sag nur du weißt schon wer Bananenjoghurt ja ich weiß aber ich hab keine Ahnung warum jetzt Erdbeer er ja man sieht wer hat er und nicht verstehen Zuschauer nicht ich hoffe auch ich verstehe er selbst nicht ja du bist auch dumm du bist ja auch dumm ich werde ich bin zwar selbst aber ich mag es nicht das war jetzt daran nicht so unverständlich ja deine Aussprache deiner Art und Geräte akzeptiert ausdrückt in deiner Art und Weise solche Leute in einem Tag nicht ich die Gruppe es geht und ich nicht geschrieben hoch schreibt mir er hat immer zu sagen ich kann aber nicht weil dann ja was geschrieben dort bei ihnen Ha ha ha, du bist einfach nur krank. Nein, ich habe mich köstet. Hast du dich eigentlich immer noch gebächert? Was denn? Ne. Mann, muss ich auf die Beine schlagen? Ja, ich habe gerade Endermeld bekämpft. Und jetzt hat mir was geschrieben, jemand. Kann man grad nicht gucken, hier ist ein Creeper. Durchgefallen. Hä? Wodurch? Nein, habe ich mich testen lassen. Durchgefallen. Das ist doch logisch. Die heißen Krankheit noch mal. ADHS? Eine Blutkrankheit, nein, ADHS. Doch. Nein, okay, du hast dich ja nicht. Ja, was gibt es eine Krankheit? Ja, was gibt es eine Krankheit? Ja, die ist noch mal mit einem Geschlechtverkehr. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Dann muss das keine komische Video gucken. Hast du es überhaupt schon mal gesehen? Von... Hier, ähm... warte. Du weißt schon, wo du letztens angefangen hast zu gucken. Nee, nicht von dem. Weil du schaffst hier kurz. Oh Leute, weiß gleich... Von dem. Dann, äh, die merkwürdigen Schlafkrankheiten Ah, oh Kenn ich Jupp, ich weiß das nicht ganz Soll ich mal sagen, wen wir bei unserem Aufzählen voll vergessen haben? Bei welchem Aufzählen? Achso, wen denn? Also nein, schreib, schreib, schreib Nein, ich sag das Leute, es ist doch scheißegal, wenn wir hier andere Leute erwähnen, das ist höchstens Werbung für die Na gut Letztens haben wir gemacht, wir haben mehr YouTuber kennt Zum Beispiel Leute wie, ähm, FreshTorgo oder so haben wir vergessen Oh, stimmt Ich stimmt Wir haben voll viele Comedien vergessen Ja, ach Letztens ist mir immer aufgefallen, die alle vergessen haben Verzauern wir jetzt in Diamantspezock Obwohl, nee, ich muss mir die auch noch verzauern Sieh jetzt ein Schwert, ich glaube, ich Soll ich mir ein Schwert oder Diamantspezock verzauern? Ganz von beiden Verzauern mir echt ein Schwert, weil du Muss mir ja sowieso noch ein Spitzender verzaubern, wenn ich denn zwei Glücksspitzer gehabt habe, das bringt es ja nicht, falls da dann glücksspitze rauskommt Ja, du kannst sie zusammen tun, wenn das Glück eins ist, dann glück eins Ja, wow, glück eins, so selten Also mit 30 leveln Verzauberst du ja mit 30 leveln, also Von naja Verzauberst du ja mit pół